Kurzes Statement, Herr Körner, wie läuft's? Fresse, sagt er zur Presse. Da müssen wir doch gleich mal mit dem Oberschiedsrichter reden. Bitte? Nein, aber ich habe einen guten Draht zur Oberschiedsrichterin. Oh ja, könnte besser sein als meine. Du hast recht. Was wird die weitere Taktik sein, Herr Körner? Wie wollen Sie dieses Spiel sicher nach rausstellen? Mehr Punkte machen als der Gegner, Herr Körner. Klingt nach Erfolg. Tor! Vielen Dank. Applaus